Vor zwölf Stunden bestellt, typische Betrugsware, Lieferung an der Parkstation in Berlin, wohnhaft, aber in Köln, das macht doch keinen Sinn. Peter Müller ist vielleicht der Schlüssel zu holen. Paul. Du hast Passwort geändert, Fake-Telefon. Paul. Bestellt von einem Mac mit drei verschiedenen Adressen. Ist es jetzt Betrug, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Ich lock jetzt Betrug ein, Paul. Bis zum nächsten Mal.